Willkommen zurück zu MyTime at Porsche Mission Und eine Prüfung Stopp Und Untertitelung des ZDF, 2020 Wo ist denn der Presley? Ich sehe ihn nicht. Er ist im Rathaus. Bügelmeister. Willkommen in der Stadt, Neubilder. Ich bin Gail, Mayor von dieser wunderschönen Stadt. Wenn Sie Fragen haben oder Fragen haben, Sie gehen einfach mal auf. Ich hoffe, Portia kann sich mehr Prosperein unter meinem Geist und werden die Model City in Free Cities Alliance. Hmm. Was ist das denn? Kupferdraht Was ist das hier denn? Kupferdraht Presley Warte 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 Montagestation. Handbuch. Handbuch. Nimm das benötigte Teil in die Hand, ziehe auf die Silhouette deines Bauprojekts und drücke dann die linke Maustaste oder AX. Um den Gegenstand zu montieren. Das Pult der Montagestation kann dazu benutzt werden, sich die erforderlichen Materialien anzusehen oder den Bau abzubrechen. Holz. 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 . Holz. 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 Junge. Holz. Wo ist denn hier das schon ein bisschen zu schneiden, was ist das? Ich hab ihn doch gebaut, was soll denn das? Ich hab ihn doch gebaut, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich das? Was soll ich das? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich denn, dann? Ich hab ihn doch gesagt, was soll ich meine wegimos? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Entschuldigung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist die Stadt, richtig? Entschuldigung, wo sind die Manners? Ich bin Sonja! Ich schaue die Verkaufgabe der Verkaufgabe jedes Jahrzehnt. Selbst wenn ich nicht gehen kann, ist es schön zu fantasieren. Ich schaue die Verkaufgabe der Verkaufgabe jedes Jahrzehnt. Selbst wenn... ...Restaurantbesitzer. Ich bin ziemlich beschäftigt, also kann ich nicht über das Kochen rennen. Tut mir leid. Hii! Handwerker, Ehemann von Karel. 3 Birthdays in 1 Jahrzehnt. This is gonna get expensive. 3 Birthdays in 1 Jahrzehnt. This is gonna get... Goodbye! Ich habe die Runde. Der Fall in 2 Jahrzehnt. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ich bin ziemlich beschäftigt. Hm, wieviel Gold habe ich denn? Ich habe noch keine Gold. Hier kannst du die Ritter abzeichnen. Wenn du durch Spielen bekommst gegen etwas Schönes eintauschen. Blumen hängen von den verschiedenen Kombinationen ab. Vorsicht, wenn du das Spiel verlässt. Ehe die Walze steht, wird kein Genial ausgezahlt. Drücken auf den Spielstattheben um eine Walze zu stoppen. Drücken die Tast um zu bezahlen. Drücken die Tastung. 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 Ich habe wirklich gehört. zu anderen Städten, um ein bisschen Inspiration zu bekommen, wie Vega 5, aber ich haute... Sonja haben wir schon geschlätzt. Wachs! Wanderl, ab dem Tiefsohn von Abu! Es ist einfach so einfach, aber ich hoffe, dass wir Freunde sind. Ich habe Alice in den Fieden heute gesehen. Sie schaut nach den Blumen gut aus. Und ich glaube, dass sie versucht, nach ihr nachzudenken. Du bist hier neu? Ich bin Russo. Ja, ich bin in a hurry zu kaufen, um etwas Essen für Mrs. Ginger. Guten Tag! Oh, hallo da! Du bist hier... hier? Ich bin Nora. Ich bin ein Missionärer in der Kirche der Licht. Schön, dich zu treffen. Ich kann hören, die Sonne des Spring. Die Farbe sind ihre Worte. Und du bist? Oh, du musst du ein neuen Builder, der Herr sagte mir. Ich bin Minister Lee von der Kirche der Licht. Es ist ein Wunder, dich zu treffen. Es ist ein Wunder, dich zu treffen. Hast du schon gehört, die Geschichte über den Dänzungsrobot? Das passiert seit ein paar Jahren in Ethia. Ein Robot wurde in den Ruinen gefunden und gebracht in die Stadt. Der Robot hatte nur eine legge. Es war nur mit seinen vier Arm. Das ist deshalb, dass es den Dänzungsrobot wurde. Und... ... ... ... ... ... ... ... ... Das war schon seit ein paar Jahren. Wir sind in der Schule. Hm. Ja, wir können jetzt mal zur Hand, dass wir die Demo-Logop-Preslet. Was ist das? Hey, Preslet? New Pass. This is your Builder License. Congratulations! Now you just need to take this License over to the Mayor's Office and get your Workshop registered. After which you can start taking regular commissions. Uh, is an complete Handwerks-Briefung. Come back and talk with me after you register. Okay. Wir gehen zum Bürgermeister. Wir gehen registrieren. Kostet sicher. Cool, eh? Okay, that's to be a Service. I'm here to register my Workshop. I'm Gail, the Mayor of this town. I'm Gail. It's truly wonderful to see young people getting involved in the Telesis of our society. Ich bin hier, um zu registrieren meinen Workshop. Sehr gut. Was ist der Name von deinem Workshop? Ich bin hier, um zu registrieren meinen Workshop. 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 Hier, um zu registrieren meinen Workshop. Ich bin hier, um zu registrieren meinen Workshop. Okay. 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 Hmm. Oh, who might you be? Finish. How does someone's mental health affect one's physical being? Sorry, I was miles away. If you have an ailment, please come to the clinic. Yes, thank you. How does someone's mental health... Let's prepare. 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 Ich brauche mir das Reaktion. Ich brauche mir das Reaktion. Bisschen Steine klopfen, damit wir Ärzte zu guten Geschichten beginnen. Bisschen Steine klopfen, damit wir die Bisschen sehen. Bisschen Steine klopfen. Bisschen Steine klopfen. Bisschen Steine klopfen. Aus Bronzen gefertigte Äxte. Keine mittelgrosse Bäume. Los Angeles. Hey, die Reiterin. Hey, die Reiterin. Hey, die Reiterin. Hey, that Starlight Island you see up there on the horizon is a great place to fish. I used to fish there all day when we still... Hey, die Reiterin. 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 Ein Apfel. Ah, das ist schon da ein Kohl. Ich bin Jack. Ich bin Jack. Ich bin Jack. Schön, dich zu treffen. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit in der Stadt. Willst du ein paar Blätter kaufen? Direkt aus meiner Freundin. 1845. Steine. 1. Die haben wir. 3. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 4. Ja, gib mir mal schlafen. Tag 5, Monat 1, Jahr 1. Tag 5, Monat 1, Jahr 1.